So, hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge. Genau das nicht vergessen. Ja, gerne, gerne. Okay. Der Tunnel zum Markt ist geschlossen, aber eine Patrouille wird uns in ein paar Stunden eskortieren. Warum schaust du dich in der Zwischenzeit nicht ein wenig in Riga um? Okay, gerne, gerne. Oh. Wer findet das behalten, ne? So, der spielt von selbst. Kann ich das auch mitnehmen? Nein, geht nicht. Langeweile macht die Leute durstig. Ähm, ja. Oh. Ach, das stört den gar nicht. Der ist ja eh betrunken. Hör auf mich, ne? Danke übrigens. Habt ihr noch was für mich? Wir wollen zur Magstation, aber der Tunnel ist geschlossen. Ärger mit Banditen. Okay, das muss ich wahrscheinlich klären. Die verdammten Banditen haben die Station gezwungen sich abzuregeln. Wir hängen hier schon seit zwei Tagen fest. Oh. Wir freuen uns immer, dich hier zu sehen. So. Mach's gut. Okay. Ich glaub. Ich glaub, ich... 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 und er riecht auch nicht gut für eine patrone führe ich sie dahin dass dieses schwein hey gehen wir sehen der noch ein bettler ok der will kein geld doch doch gern geschehen wo ist denn der junge hin wo ist er denn hin oh scheiße ich glaube ich glaube ich drehe durch wo sind sie ja komm hier komm gern geschehen die schlafen halt einfach neben den schweinen die armen kerle sind das toiletten ich folge einfach mal dem kleinen verlaufen mich jetzt nicht da hinten sitzt er also ich gehe wiedersehen oh wie süß mach's gut kleiner das ist auch richtig creepy wenn ich ihm da hinterher schaue komm herr du bist auch jung richtig setz dich man nennt mich bürben hier ist eine vorauszahlung für den fall dass du dich erst ausrüsten musst bist du bereit alles gespendet in diesem mistloch zu hocken ist nutzlos was gibt es denn zu essen hallo 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 Das ist ja auch keine Hilfe brauchen. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben, aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Ich habe auch nicht mehr so viel Muni, vielleicht sollte ich nicht so viel spenden. Äh, was ist denn das? Äh, wo ist denn der Kerl hin? Seltsame Geräusche. Entweder macht der Bodenlässe Geräusche oder der Wind. Oh nein, oh nein. Ich habe auch Geschichten von singenden Rohren gehört. Wenn du länger zuhörst, kannst du die Stimmen der Toten hören. So ein Quatsch. Will der hier nicht schreien? Okay, okay. Jetzt passiert was. Okay. 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 Ja, das haben die aber jetzt gehört. Okay. 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 Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Ja. Okay. 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 Oh, Entschuldige. Oh, Entschuldige. Du wirst du nicht lange bleiben! Okay. Ja, die Fallen, die interessiert jetzt keiner mehr. Ich schluck die mal schön, die Leute. Ich habe das leider nicht so geschickt hinbekommen, wie das eigentlich geplant war. Also ich sollte ja hier so wie ein Hitman reinlaufen und den Kerl da messern. Stattdessen habe ich einfach niedergeschossen. Ja. Oh Gott, so wie schüttet. Du wirst leiden und bluten! Nimm das! Stirb! Stirb, Bastard! Okay, komm. Auf den Boden, Mistkerl! Hä, die... Die ist so scheiße! Die Waffe... Oh Gott. Was mache ich denn? Die ist ja mega scheiße. Schön, die Banditen looten, ne? Äh, Entschuldigung, Entschuldigung. So macht man natürlich nicht auf. Genau so macht man das. Unser blutiges Gemetzel mit den Banditen war vorüber. Mit Monstern und Mutanten hatte ich gerechnet. Aber wie viele weitere Mitmenschen werden noch versuchen, mich zu töten, bevor ich die Polis erreiche? Die Brücke ist ein übler Ort. Hier der Plan. Du passt auf mich auf und dich auf dich. Jawohl. Du kannst dich auf mich verlassen. Spiel nicht den Helden, Junge. Ich bin heute nicht in der Stimmung getötet zu werden. Oh, das... Das hat sich jetzt aber nicht gut angehört. Wenn er das sagt... Dann wird er wahrscheinlich sterben. Kriege ich das? Dass man halt das hier nicht einsammeln kann. Gasmaske, schnell! Äh, welche Taste war denn das? G? Komm, John, ich bin hier! Ihr Scheiße! Da kommt man wo denn? Komm, schneller, schneller! Ist da einer drin? Oh mein Gott! Alter! Ich lass mich auch so schnell erschrecken, ey! das ist nicht ein Gericht! Oh... 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 ok sie sind jetzt weg wir können gehen ja aber vorher machen wir ein cut bis gleich